hmm das gucken wir checkt jay und aria haben vergleich von der neuen akali serie zu der alten gemacht und wisst ihr was das coole ist die neue gibt es ja noch gar nicht in deutschland das heißt man kriegt hier so ein bisschen einblick in die neue ak okay bitte sagt es ist gut die akali serie bitte 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 für die ganzen kinder und für mich auch ich gucke auch ich würde auch gucken jungs ich hab dich schon so lange abonniert locker fünf jahre oder so warum stehe ich hier gerade alleine was passiert hier gerade ich bin ein geist eine aria ist gerade ziemlich krank ich bin ein geist aber er ist gerade ein ziemlicher geist deswegen kann er gerade nicht vor die kamera treten aber er wollte mit mir wenigstens das in was das von der lautstrecke komisch pizza und dünner ist wie nudeln mit nutella brot oder so was ist denn mit maxi los dünnerpizza ist fast das ist top 3 pizza wie kann man das so disrespekten top 3 pizza dünnerpizza save mh 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 ja ja bis dann bis dann oh wie sieht kali aus voll seltsam irgendwie aber sam fehlt und gibbie sieht man auch nicht folgen der serie und viele von euch haben sich gewünscht dass wir mal bei film gibt darüber sprechen ja auch wenn die serie in deutschland voraussichtlich erst im jahre 2022 erscheinen wird hatte ich das große glück bereits die ersten drei folgen der serie anzuschauen weshalb ich einfach mal mit euch ein bisschen darüber sprechen will sachen die ich gut finde sachen die schlecht finde meine generelle meinung dazu also würde ich sagen los geht's für den sehr unwahrscheinlichen fall dass einige von euch noch nie etwas von der show gehört haben will ich euch mal eben ganz kurz erklären was es eigentlich mit dieser alten show auf sich hat die kinderserie von nickelodeon die im original von 2007 bis 2012 auf sendung war handelte von der achtklässlerin coralie die in einer wohnung in seattle mit ihrem 26 jährigen für mich aus der ganzen serie spencer war der lustigste spencer und gibbie haben gecarried wenn gibbie nicht dabei ist wird traurig bruder spencer lebte der sein jurastudium abgebrochen hatte und zum künstler wurde nach einem aufenthalt beim nachsitzen bei dem carly gezwungen war bei talent shows vorzusprechen startete sie zusammen mit ihrer düsteren aber liebenswerten besten freundin sam pocket und ihrem verrückten nerdigen nachbarn freddie benson eine wöchentliche webshow namens mit freddie hinter der kamera moderierten corley und sam die show und stellten dabei alles mögliche an sei es noch so absurd die webshow wird sehr schnell zu einem internetphänomen wodurch das trio die schrägsten situationen erlebt man könnte also fast schon sagen dass carly in ihrer jugend einer der ersten wenn nicht sogar die erste bekannte influencerin war und ihre webshow hat definitiv auch sehr viele influencer in der richtigen welt beeinflusst zum beispiel auch diesen netten herrn hier also carly hat mich auf jeden fall auch dazu inspiriert youtube zu machen die serie war damals so erfolgreich dass sie die zweitmast gesehene serie auf nickelodeon überhaupt ist und sogar fünfmal für einen emmy in der kategorie herausragendes kinderprogramm nominiert wurde kein wunder also dass die ankündigung des revivals bereits letztes jahr bei den fans für vorfreude sorgte ok schauen wir uns also mal carly 2021 etwas genauer carly ist in der neuauflage zwar schon ihren späten zwanzigern weniger chaotisch und aufregend ist ihr leben in der zwischenzeit aber scheinbar nicht geworden denn jetzt muss sie mit den herausforderungen des erwachsenwerdens fertig werden achi dieses verdammte erwachsen werden sie die wahrscheinlich wichtigste frage die erstmal geklärt werden muss welche der serienfiguren aus der alten serie sind jetzt wieder dabei natürlich einmal miranda carsgrove in ihre rolle der carly shay jerry trainer cat in seiner rolle von carly's älteren tollpatschigen und künstlerischen wichtig sehr wichtig spencer shay zurück und nathan kress ist wieder als der einzigartige freddie benson wieder am start das war's ich meine natürlich bitte gespielt von noah monk war meiner meinung nach einer der witzigsten charaktere der serie obwohl er immer wieder auf die schippe genommen und verspottet wurde kommt er denn sag so endlich als man bereits 2014 gefragt wurde ob er in die rolle zurückkehren möchte wusste er nicht mal was von dem revival und schien auch er abgeneigt zu sein auf jeden fall ist in dem neuen revival dementsprechend nicht dabei was die von jeanette mccurdy gespielt wurde war die beste freundin und co-moderatorin von i carly aufgrund ihres aggressiven verhaltens gerieten sie und ihre freunde häufig in schwierigkeiten und im laufe der jahre hat sich jeanette mccurdy immer wieder über ihre erfahrungen in der serie geäußert und über alles was sie als jugendliche schauspielerin durchgemacht hat mccurdy hat ihre schauspielkarriere dann irgendwann tatsächlich beendet weshalb sie auch nicht in der serie vorkommt extrem schade weil sie war extrem cool in der show aber respektiere ich natürlich was ich interessant finde ist dass das fehlen von sam in der serie sogar gerechtfertigt wird indem gesagt wird dass sam scheinbar ihren traum nachgeht und in einer biker gang unterwegs ist in dem i carly revival erholt sich die mittlerweile 26 jährige lol das ist schon draußen meint ihr auf englisch gucken bock ich finde englisch gucken ist okay aber ist ein bisschen anstrengend wisst ihr die nun eine erfolgreiche college auserwänden ist von einer trennung und versucht ihre leidenschaft für ihre webshow wieder neu zu entfachen ihr bruder spencer ist mittlerweile ein erfolgreicher künstler geworden zudem lebt carly jetzt mit ihrer neuen besten freundin harper zusammen die davon träumt geil geil idee wäre ein bisschen deprimierend wenn er immer noch richtig reinscheißen würde er ist einfach ein künstler geworden stylistin zu werden jedoch mit einem barista job fest sitzt was mich auch ziemlich schockiert hat ist dass freddy mittlerweile zweimal geschieden ist und gezwungen wurde nachdem sein tech startup gescheitert ist wieder bei seiner mutter einzuziehen und er hat sogar eine stieftochter namens millicent gespielt von jaden triplett und trägt einen bart ja gut das mit dem bart ist vielleicht das was am wenigsten krass ist aber aber trotzdem das neue i carly ändert nicht wirklich viel an seiner erfolgreichen nickelodeon formel wobei der humor der serie tatsächlich etwas gewöhnungsbedürftig ist weil die show einerseits versucht den humor aus der alten serie anzuwenden und andererseits gibt es dann jokes die ein bisschen mehr für erwachsene sind so ein joke bei a carly ist schon irgendwie komisch an sich sind die serienfiguren immer noch genauso verrückt wie früher und es gibt auch immer mal wieder was zu lachen auch die neuen charaktere harper und millicent sind meiner meinung nach ganz gute ergänzung der besetzung krass da sie ungefähr das gleiche maß an schrägen humor mitbringen dennoch muss ich sagen landen die jokes von freddys tochter millicent nicht immer so wie sie sollten aber das hat eher was mit dem writing zu tun und weniger mit der darstellerin für ihr alter spielt sie sogar echt ziemlich gut und es gibt auch echt ein paar witzige momente mit ihr dagegen ist carlis neue freundin harper für mich persönlich sogar nicht mal so interessant wie millicent nicht etwa weil der charakter jetzt schlecht ist sondern eigentlich eher weil man von ihr in den ersten drei folgen zumindest nicht wirklich viel mitbekommt nathan kress der freddie spielt ist überraschenderweise mit abstand der beste schauspieler in dieser serie und auch wenn ich immer noch nicht so ganz auf den bart klarkomme muss ich wirklich sagen dass er echt gut spielt also voll schade dass man ihn nicht in mehr stoff zu sehen bekommt abgesehen von dieser ein gast rolle bei vghs staffel 3 wisst ihr noch nein nur ich verstehe special bleibt eigentlich genauso verrückt wie früher nur dass er jetzt plötzlich reich ist was meiner meinung nach sogar echt cool ist denn man hatte früher irgendwie immer das gefühl dass seine kunst zu wenig gewertschätzt wurde dass er eigentlich sogar über eine gewisse intelligenz verfügt die meistens übersehen wurde zudem ist er auf jeden fall der witzigste und am besten dargestellte charakter das liegt aber wahrscheinlich eher daran dass jerry trainer bereits in den alten folgen die figur perfekt gemeistert hat und er musste eigentlich ja jetzt nur die gleiche rolle wie damals spielen was mich auch ziemlich überrascht hat ist dass carly viel mehr sprechtext hat als in der alten serie denn dafür dass carly die hauptfigur der serie ist hat sie früher vergleichsweise echt wenig geredet in den neuen folgen hingegen spricht sie auf einmal verdammt viel also ich glaube ich habe carly noch nie so lange am stück sprechen hören was ich an der serie auf jeden fall echt gut finde ist dass sie versucht mit der zeit mit zu gehen die haben dann trotzdem noch ein carly so mäßig als serie insta lives, memes, youtube channels, cancel culture und so weiter es ist wirklich alles mit dabei dennoch würde ich sagen dass der content den carly da macht meiner meinung nach in der heutigen zeit nicht so gut online funktionieren würde wie es in der serie dargestellt wird es natürlich auch nur meine meinung kann sein dass das sogar voll gut klappen würde aber die formate die sie da macht sind jetzt nicht ganz so 20 21 tauglich würde ich sagen ich glaube für fans die mit iCarly aufgewachsen sind holt das revival einige echt gute erinnerungen zurück ab und zu gab es auch ein paar gags die meiner meinung nach echt witzig waren auch wenn sie teilweise gleichzeitig ziemlich absurd sind aber ich muss trotzdem sagen dass ich mir ehrlich gesagt ein bisschen mehr erhofft hatte die storylines waren bisher jetzt nicht so spannend wobei sie zugegebenermaßen in der alten serie jetzt auch nicht so ausgeklügelt waren aber für eine moderne comedy serie war mir das writing ehrlich gesagt nicht stark genug sowohl was die jokes angeht aber eben auch was den tiefgang der figuren und die story betrifft das war natürlich jetzt auch nur die ersten drei folgen also vielleicht wird das ja noch was und die serie wurde bereits auch schon für eine zweite staffel erweitert die dreharbeiten sollen schon im herbst beginnt die erste staffel besteht aus drei folgen äh heißt also es gibt auf jeden fall auch sehr viele leute die die serie echt gut finden was mich extrem freut auf jeden fall bin ich gespannt was da noch weiter rauskommt ihr könnt ja gerne eure meinung dazu in die kommentare schreiben falls ihr unser letztes video noch nicht gesehen habt checkt das auf jeden cool vielleicht guckst du mir mal die das video an ja ja